Herzlich Willkommen beim Schwätz vom Benkle hier vor der Ottilienkirche in Hofen. Seit gestern ist es also amtlich. An vielen Stellen Deutschlands ruht das öffentliche Leben. Die Grenzen zu unseren Nachbarländern sind dicht gemacht. Schulen und Kindertagesstätten sind geschlossen. Veranstaltungen, Gottesdienste in Kirchen wurden abgesackt. Und der Appell an die Bundesbürger, die Sozialkontakte so weit wie möglich herunterzufahren. Dieser Shutdown betrifft im besonderen Eltern, Selbständige, Unternehmer, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich Sorgen um ihre berufliche und wirtschaftliche Zukunft machen. Die nicht wissen, wie sie jetzt den Alltag zu bewältigen haben, die auf Hilfe angewiesen sind. Das Motto dieser Tage scheint auf der anderen Seite zu sein. Langsamer, langsamer, langsamer. Während sich Verantwortliche in Politik und Forschung beschleunigt an die Lösung vieler Aufgaben machen. Während Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte und Menschen in anderen Berufen, die jetzt besonders wichtig sind, in besonderer Weise herausgefordert sind. Doch nicht alle wollen das einsehen. Ganz nach dem Motto, wenn uns der Staat schon alles verbietet, dann feiern wir halt selber. Und sei es mit einer Corona-Party. Dann wird nicht gefragt, was den anderen, was der Gesellschaft dient, sondern nur darauf, was dem eigenen Vergnügen dient. Wenn es mir nichts ausmacht, dann schadet es ja auch nicht. Und dabei schneidet man sich aber ins eigene Fleisch. Der Politikberater und Autor Erik Flücke, von dem ich weiß, dass er selber gerne Partys feiert, schreibt auf seiner Facebook-Seite und ich habe mir erlaubt, ein paar Dinge zu aktualisieren und auch zu ergänzen. Seit gestern ist klar, Bars, Kneipen, Clubs sind geschlossen. Die Zeit auf Vernunft und Freiwilligkeit zu hoffen scheint vorbei. Wenn nun aber lustig, überall, wo die Clubs zu sind, die Leute anfangen, aus Trotz Privatpartys zu feiern, dann wird der Regierung bald nichts mehr übrig bleiben, als eine allgemeine Ausgangssperre zu verhängen. Sprich, dann läuft es wie in Italien. Keiner darf mehr aus der eigenen Wohnung. Der Widerstand gegen die Maßnahmen der Regierung in der aktuellen Krise kann nur noch autoritärere Maßnahmen hervorbringen. Sprich, wer Partys und Freiheit liebt, macht gerade einfach mal Partypause. Soweit Erik Flücke. Wenn Party, dann Party. Wenn Partypause, dann Partypause. In der Bibel gibt es einen Text, der mit viel Weisheit auf den Punkt bringt, wie sich unser Leben gestaltet. Und diese Erfahrung haben wir alle schon gemacht. Ich lese aus Prediger 3. Für alles gibt es eine Zeit. Zeit für jedes Vorhaben unter dem Himmel. Zeit zu gebären und Zeit zu sterben. Zeit zu pflanzen und Zeit auszureißen. Zeit zu töten und Zeit zu heilen. Zeit einzureißen und Zeit zu bauen. Zeit zu weinen und Zeit zu lachen. Zeit zu trauern und Zeit zu tanzen. Zeit, Steine zu werfen und Zeit, Steine zu sammeln. Zeit zu umarmen und Zeit, das Umarmen zu meiden. Zeit zu suchen und Zeit verloren zu geben. Zeit zu bewahren und Zeit wegzuwerfen. Zeit auseinanderzureißen und Zeit zusammenzunähen. Zeit zu schweigen und Zeit, Worte zu machen. Zeit zu lieben und Zeit zu hassen. Zeit für den Krieg und Zeit für den Frieden. Alles hat seine Zeit. Das gilt für immer und das gilt auch in dieser besonderen Zeit. Da gehört auch dazu, dass man sich seinen Sorgen und seinen Ängsten stellt. Sich Zeit für sie nimmt. Sie aushält. Auch aushält, dass es keine vorschnelle Lösungen gibt und keine Antworten. Da sind wir gemeinsam unterwegs. Und das zeigt dann auch die Stärke unserer Gesellschaft. Dass wir in der Lage sind, mitmenschlich zu sein. Dass wir Rücksicht auf uns und anderen nehmen. Auf die, die schwächer sind. Die verzweifeln und eben nicht wissen, wie sie ihren Alltag bewältigen sollen. Alles hat seine Zeit. Im Psalm 31 sagt der Psalmbeter, Meine Zeit steht in deinen Händen. In dieser Gewissheit, dass alles seine Zeit hat und dass unsere Zeit in Gottes Hand steht, wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute. Bleiben Sie gesund. Ich bin es. Ich bin es.